Hallo, hier wieder die wissenschaftliche Tagesschau mit den neuesten Nachrichten. Was gibt es Neues an Erkenntnissen in der Weltspitze der Wissenschaft, Weltrat und nextscientistsforfuture.de, dem Arbeitskreis des Weltrates. Die neueste Klarheit, die gewonnen wurde, ist, es bezieht sich alles nicht auf unsere Reformkompetenzen, denn die Reformkompetenz stand schon früher fest. Aber jetzt geht es darum, wie erkläre ich den unwissenden Menschen, warum sie diese Reformkompetenzen brauchen. Zum Beispiel, liebe Parteien, wir 2020 und die Basis. Die Fraktpartei ist davon ausgenommen, weil die sich ja an alle Regeln des Basisdemokratischen hält, die Freie Argumente-Kulturpartei. Die fortliebe, wir 2020 EU und die Basis, die vorteilbringenden Irrtümer verschiedener Sparten haben eure Wahlprogramme zerstört. Sie haben quasi eine Unbehnbarkeit erzeugt, weil die WählerInnen sozusagen irgendwo, an irgendeiner Stelle ahnen, dass es sich um ein Wahlprogramm verschiedene Sparten handelt, die bestimmte Vorteile durch dieses Wahlprogramm politisch sich holen möchten und es nicht um ein wählerfreundliches Wahlprogramm sich handelt dabei. Also das ist eigentlich die entscheidende Nachricht. Die entscheidende Nachricht, warum berichten wir so wenig über Bagdi, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen? Naja, einerseits, weil auch sehr viel weniger erscheint und das, was erscheint, gehört alles so in den Bereich. Keine neuen Erkenntnisse, völlig nutzlos, Zeitvergeudung und so weiter. Deswegen können wir jetzt nicht mehr berichten. Die letzte große Meldung war ja, dass Eva Rosen und der Rechtsanwalt Markus Heinz zur Basis gewechselt waren. Das war vernünftig, weil die Kräfte müssen natürlich gebündelt werden. So und jetzt also schauen wir es uns an. Gehen wir auf die Schaubilder. Wir brauchen heute dieses Schaubild. Das ist jetzt, Sie sehen einen Fastkreis. Ich sehe den ganzen Kreis. Wir benutzen jetzt heute wieder den Kreis. Das ist der Kuchen, um den es geht. Das Ganze ist der Riesenkuchen. Und da geht es darum, alle wollen nur ihr Bestes, liebe Wählerinnen, ihr Geld, aber auch ihr Leben. Es ist nicht nur so, dass sie nur bezüglich ihres Geldes beraubt werden, sozusagen von den verschiedenen Sparten der Gesellschaft, sondern der antikooperative Anteil, also das manipulative, das antikooperative, das manipulative, das parasitäre, das in seltenen Fällen durch kriminelle Lügen sie beschädigt, hauptsächlich durch vorteilbringende Irrtümer sie beschädigt, sozusagen dieses das antikooperative, das manipulative, das parasitäre, will immer an sie ran und zwar nicht nur ihr Geld, sondern man kommt an ihr Geld am besten ran, wenn man auch ihr Leben zerstört. Je unglücklicher man ihr Leben macht durch das manipulative, durch vorteilbringende Irrtümer, desto kauf- und konsumsüchtiger werden sie oder so, man kommt so besser an ihr Geld ran, sozusagen, liebe Wählerinnen. So, und wir haben jetzt sich bestimmte Sparten quasi in die Parteien reingedrängt und haben das Wahlprogramm verfälscht in ein wählerfeindliches, spartenfreundliches Wahlprogramm. Welche vorteilbringenden Irrtümer könnten da eine Rolle gespielt haben? Also, machen wir uns diesen Kuchen klar. Sie, liebe Wählerinnen, sind der Kuchen. Sie sind die Beute sozusagen. Das sind alles nicht bewusste Prozesse. Es sind alles nicht bewusste Prozesse, möglichst viel vom Kuchen zu holen. Vor allem sind ja auch die Sparten selber Teil des Kuchens. Ja, es ist nicht so, dass die Sparten hier außen stehen und Sie, liebe Wählerinnen, hier drinnen stehen, so wie wenn quasi die ganzen Meereslebewesen sich auf die Schischwärme stürzen und dann daraus Beute machen, sozusagen, sondern die sind auch alle Teil, selber Teil des Ganzen. Also hier zum Beispiel Sie. Die Sozialsparten sind eben auch Teil der Beute. Sie sind Täter und Opfer zugleich, sozusagen. Sie sind das Manipulative und zugleich das Manipulierte, denn von den anderen Sparten werden sie sozusagen manipuliert. Also wir haben hier die Sozialspartler, zum Beispiel die Arbeitsamtmitarbeiter, die Behördenmitarbeiter, die Sozialberufler und so weiter, die natürlich ein nicht bewusstes Interesse daran haben, dass möglichst viele Menschen sozusagen Sozialfälle werden, denn dann macht man im Arbeitsamt bessere Karriere. In den Sozialberufen hat man dann mehr Karrieremöglichkeiten und Vorteilmöglichkeiten sozusagen. Und in den Wahlprogrammen tauchen dann so Dinge auf, wie so eine pseudosoziale, pseudolinke Politikrichtung, die am Ende, ich mache nur ein Beispiel, zum Beispiel steht in den Wahlprogrammen nicht, dass man natürlich, um Nullarbeitslosigkeit zu erzeugen, selbstverständlich sofort Mindestlöhne, Gewerkschaften und Tariflöhne abschaffen müsste. Das steht nicht da drin, also will man das belassen. Und das bedeutet eben, dass man eigentlich den Sozialsparten hilft, weiterhin ihre Armee der Kundschaft weiter zu vergrößern. Ist also insofern ist das ein durch die Vorteil bringenden Irrtümer der Sozialsparten gespeistes Programmen. Hier, dann können wir hier mal einzeichnen, die NGOs, ja, also die Non-Governmental Organizations, die Nichtregierungsorganisationen, die haben ganz viel, die wollen ja an den Kuchen, die wollen ja auch an die, sind zwar auch Teil des Kuchens, aber die wollen eben auch an Sie, liebe Wählerinnen, an Ihr Bestes, an Ihr Geld. Und die haben ja solche vorteilbringenden Irrtümer im Kopf, so NGO-typische Irrtümer. Wir müssen, ach, wir, Sie, liebe Wählerinnen, müssen Geld ausgeben und spenden für die Tiere, die Pandas, die Eisbären, die Erde, den Planeten, das Klima, die Welt, die Weltbevölkerung. Alle sollen gerettet werden, nur nicht Sie, liebe Wählerinnen. Und Sie sollen über die Moralkeule werden Sie manipuliert durch solche vorteilbringenden Irrtümer, ihren Geldbeutel aufzumachen und monatliche Verträge für monatliche Spenden zu unterschreiben, die am Ende großenteils in den Gehaltsbeuteln der Geschäftsführer, der NGOs landen und so weiter. Und dafür hat sich das Wahlprogramm hergegeben. Also da, das Wahlprogramm trägt die Handschrift, also nicht nur der Sozialspartler, sondern auch der NGOs. Während die nextscientistforfuture.de als Experten, ja, Ihnen ganz klar, liebe Parteien, Ihnen ganz klar empfohlen hätten, kein NGO-Programm zu machen, sondern zu sagen, so viel Tierschutz, so viel Umweltschutz, so viel Naturschutz, so viel Weltschutz, Erdschutz, wie für das Wohlfühlen und die Gesundheit und die Langlebigkeit und den Wohlstand unserer Wählerinnen gut ist und gut tut und keinen Millimeter mehr. Also die NGOs versuchen quasi das Manipulative der NGOs, die mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern manipulieren, die Menschen dahingehend viel mehr zu tun als das, was ihnen wirklich gut tut. Und dagegen hätten sie, davor hätten sie die next scientists for future gewarnt. Generell ist ja auch die neue Erkenntnis der letzten Sendungen gewesen, dass wir allen Parteien empfehlen, ich mache mal schnell diesen Exkurs, bevor wir wieder zurückkommen, dass wir Wahlprogramme aussehen sollten wie zukünftige Volksentscheide, wie der erste Volksentscheid im Prinzip, ja. Dass also wir hier drei, Sie können auch fünf verschiedene Experten haben mit unterschiedlichen Wahlprogrammspunkten, hier Gesundheitsreform, Demokratiereform, drei unterschiedliche, also so eine Liste von mindestens drei unterschiedlichen Experten mit drei unterschiedlichen Reformkonzepten, also neben den next scientists for future immer noch mindestens zwei bis vier andere Experten und dann eine, das Wahlprogramm sollte aussehen wie ein Volksentscheid und dann nur das, was dann die Parteibasis vorläufig konsensiert hat, wird jeweils fett gedruckt, das andere normal gedruckt und dann haben sie quasi eine Liste, eine, 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 den ersten großen Volksentscheid, sodass dann nach der Wahl die Wähler noch korrigieren können und vor der Wahl immerhin wissen, aha, die, die, die Parteibasis selber der jeweiligen Partei hat also die und die Grundtendenz und dann können die Wähler noch sagen, naja gut, diese Grundtendenz, die in den fett gedruckten vorläufigen Entscheidungen der Parteibasis steckt, die gefällt mir da eher weniger und bei der anderen Partei eher mehr. Also unsere Empfehlung an alle Parteien immer das Wahlprogramm, fünf nebeneinander oder mindestens drei Experten nebeneinander, zum Beispiel hier könnte ein neoliberaler Standpunkt sein, hier könnte ein linksradikaler Standpunkt sein und hier die vernünftigen bodenständigen Linken, die next scientists for future.de, aber vielleicht finden sie auch fünf verschiedene, verschiedene extreme Positionen wichtig, die dann gegeneinander antreten können und wo die WählerInnen dann eine echte Wahl haben bei der ersten Volksabstimmung, bei dem ersten Volksentscheid nach der Wahl. Das war ja die Grundempfehlung der letzten Tage, bitte die letzten Sendungen schauen und jetzt gehen wir mal hier weiter. Wir waren bei den Sozialsparten und den NGOs und dann genehmigen sich ja im Moment einen riesigen Schluck aus der Pulle. Wo haben wir die anderen Sparten? Wo ist denn zum Beispiel jetzt die Pharma- und Medi-Sparte? Wo ist sie denn? Moment, ich siedle sie jetzt einfach mal hier an. Hier haben wir das, was uns die letzte Zeit groß zu schaffen macht, ist hier die Pharma- und Medi-Sparte. Ich darf nicht immer außen zeigen, denn jede Sparte ist selbst Teil des Kuchens und ist selbst auch Öpfer und Täter zugleich. Die vorteilbringenden Irrtümer der Impf, Pharma, Tests, Masken, Medi-Sparten sozusagen, haben uns die vorteilbringenden Irrtümer gebracht und die sind die einzigen, die von der Partei gekontert werden. Allerdings zu aggressiv von den Parteien. Also die Next Scientist for Future hätten vorgeschlagen, einfach nur auf Weißrussland als das die Leitlinie für die zukünftige Politik zu verweisen und das Thema sonst ruhen zu lassen, weil es nicht sinnvoll ist, sich mit irgendwelchen Sparten oder Politikern zu überwerfen, weil wir sie alle noch als Freunde brauchen, als Koalitionspartner brauchen, um Lösungen voranzubringen. Mit Feindschaft erzeugt man nur, dass man keine Lösungen erzeugt. Also der Vorschlag da, der Next Scientist for Future wäre da gütlicher gewesen. Ach ja, da stehen sie ja auch, die Medi-Impf- und Pharma-Sparten. Dann haben wir die, zum Beispiel hier haben wir die Sparte Innere Sicherheit und hier Äußere Sicherheit. Ja, die Innere Sicherheitssparte haben ihre Handschrift in den Wahlprogrammen darin, dass sie nicht erwähnt wurden und das heißt, dass man alles so belassen möchte, wie es bisher ist und das ist ein ganz großer Fehler. Also die Next Scientist for Future.de als Experten hätten also in den Volksentscheid hinein empfohlen, solche Sätze wie, wir müssen die gesamte innere Sicherheit, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizei und Rechtsanwälte durch positive Anreize dahin lenken, dass sie nur noch dann positive Anreize wie Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize erhalten, wenn die Zahl der kriminell lebenden Personen drastisch zurückgeht. Und da diesbezüglich also anhand der Wohlfühlstimmen, Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten der und auch der Wohlstandsdaten der Wählerinnen kann man ja ganz klar erkennen, ob eine bestimmte Abteilungen der inneren Sicherheit Kriminalität reduziert haben. Da gibt es weniger Mordopfer, gibt es weniger Einbruchsopfer, es gibt weniger Geschädigte und so weiter und dadurch steigt das Wohlfühlen an und so weiter. Und dafür muss man positive Anreize setzen, also man muss die alle nach Leistung bezahlen, ja, und nicht nach, oh, noch mehr Straftäter, noch mehr Karrieremöglichkeiten, super. Ja, also diese unbewusste Dynamik, also diese nicht bewusste Dynamik, dass sozusagen man vorteilbringende Irrtümer, also also eigentlich diese nicht bewusste Dynamik, vorteilbringende Irrtümer auszustreuen, die zu mehr Straftätern führen, das muss gestoppt werden durch positive Anreize. Und in den Wahlprogrammen haben sich quasi die vorteilbringenden Irrtümer, der zentrale vorteilbringende Irrtümer, der sparte innere Sicherheit, hat sich niedergeschlagen als, das doch alles so wie es ist, dann machen wir tolle Karriere und es gibt immer mehr Verbrecher und ihr leidet immer mehr, ihr Wählerinnen, ja. Und dieser hat sich durchgesetzt offensichtlich in dem Wahlprogramm. Und die sparte äußere Sicherheit hat sich durchgesetzt, da sind zwar, glaube ich, so irgendwelche Friedensappelle in dem Programm, aber das sind ja leere Worte, die zu nichts führen, also keine konkreten Änderungen, also hat quasi die sparte äußere Sicherheit, also die Rüstungsindustrie und Waffenindustrie, Schluck Wasser, hier unten rechts, schneller drehen, an dem rundlichen Ding, weil ich ja so langsam rede, Schluck Wasser. Die sparte äußere Sicherheit hat sich also durchgesetzt, indem in ihrem, in den Wahlprogrammen nichts davon steht, dass man gucken muss, wie die Zahl, wenn die Zahl der weltweit durch Gewalt und Waffenanwendungen, Sprengstoff und so weiter, getöteten Menschen im nächsten Jahr um 5% zurückgegangen ist, nur dann gibt es sozusagen eine Konstanthaltung der Dividenden der Aktionäre der Rüstungskonzerne. Ansonsten geht, gehen die Dividenden zurück, indem der Staat eben immer weniger Gelder diesen Firmen gibt. Die Firmen werden also umdefiniert in Friedensförderungskonzerne und sie werden gemessen an ihrer Friedensförderungseffizienz und nur noch dafür gibt es Geld. Und das ist echte Friedensförderung. Das hätten die Next Scientists for Future vorgeschlagen als einen der Punkte eines zukünftigen Volksentscheiders sozusagen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier noch für Sparten? Ich lese mal vor, die Nahrungssparte. Die Nahrungssparte hier, ich zeichne mal hier ein. Die Nahrungssparte hat das Programm von Wir 2020 EU und die Basis infiziert mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, in dem da nichts Konkretes steht. Ja, zwar steht da irgendwo Gemeinwohlorientiertheit, aber was soll das heißen? Was heißt das konkret? Denn die felbersche Gemeinwohlökonomie im Gegensatz zur gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der nextscientistsforfuture.de bietet ihnen keinen Schutz vor giftigen Lebensmitteln, weil das gar nicht gemessen wird in der Gemeinwohlbilanz. Während bei den Next Scientists for Future natürlich gemessen wird, hier unser Zugriff zur Nahrungsindustrie und zur Nahrungssparte ist der Supermarktleiter. Die Marktleiter, die Kioskleiter und die Restaurantleiter. Die kriegen dann nur noch Verdienstzuschüsse, wenn die Kunden sich deren Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten verbessert haben. Dafür gibt es dann Verdienstzuschüsse. Und dadurch werden die das Signal an die Nahrungswirtschaft richten, wir nehmen euch nur noch gesundheitsförderliche Dinge ab in größeren Mengen. All das andere landet bei uns in den Ecken, wird zwar noch verkauft an all die Süchtigen und Suchtkranken, die also noch zuckersüchtig sind oder alkoholsüchtig, tabaksüchtig und so weiter. Die Suchtkranken kriegen natürlich bei uns auch die Produkte noch, aber zu günstigeren Preisen verkaufen wir nur die gesundheitsförderliche Nahrung dann. Und das hätten jetzt zum Beispiel die Next Scientist for Future empfohlen, in den Volksentscheid als eine der Wahlalternativen zu schreiben. Ja, was die ist eingedrungen in die Wahlprogramme mit ihren Vorteilbringenden Irrtümern, indem sie weiterhin sich Narrenfreiheit bewahrt hat. Genauso die Bildungssparte daneben. Beide sind mit irgendwelchen Idealen in den Wahlprogrammen gelandet, aber nicht mit klaren Grenzen für diese Sparten. Die Forschungssparte, die gerne weiterhin die sogenannte Wissenschafts-Narrenfreiheit behalten möchte, sozusagen, nämlich ineffizient zu sein auf Kosten von Ihnen, liebe Wählerinnen, und die Bildungssparte genauso. Die möchten weiterhin ihr leistungsloses Einkommen beziehen, wie übrigens die Medizinsparte. Da haben ja übrigens auch bei der Medizinsparte, die war, glaube ich, hier drüben, da haben auch dann die Personen, die selbst zum Gesundheitswesen gehören, haben zwar zu Recht in das Wahlprogramm eingebracht, dass alle den Zugang zu den Krankenkassen bekommen sollen, haben aber die Scharlatanbremse nicht eingebaut. Die Next Scientist for Future hätten ja die Scharlatanbremse ganz klar eingebaut, nämlich dass auch alle im Gesundheitswesen einer Leistungsmessung unterliegen müssen, also Schluss mit den leistungslosen Einkommen wie bisher. Leistungsmessung, wie groß ist die tatsächliche Krankheitsverhinderungs- und Gesundheitsförderungsleistung eines Hausarztersatzgesundheitskommunenteams mit ihrem Freizeitprogramm. Und also Schluss mit leistungslosen Einkommen her mit den Leistungsranglisten und mit der Wählbarkeit, sodass die Bürger anhand der, die Wählerinnen anhand der Leistungsranglisten ganz klar erkennen können, welcher Wunderheiler bringt gute Ergebnisse und welcher ist nur ein Scharlatan und landet von der Leistung her an den hinteren Plätzen der langlisten, sodass dann die Kunden abwandern von den Scharlatanen hin zu den Besten. Und genauso mit der Forschung und der Bildung. Hier muss gemessen werden bei der Forschung. Die Forschung wird angewandt auf bestimmte umliegende WählerInnenbezirke. Und wenn sie dort das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit nachweislich verbessert oder manchmal auch den Wohlstand nachweislich verbessert, dann wird dieser Forscher belohnt. Ansonsten wird er nicht belohnt und wird irgendwann auch nicht mehr beschäftigt, sozusagen. Forschung muss was bringen. Nutzlose Narrenfreiheit für nutzlose Forschung. Schluss damit, liebe WählerInnen. Und das würde dann in diesem Volksentscheid-Wahlprogramm als Empfehlung der NextScientists4Future.de als Wahlalternative auftauchen. Ja, dann haben wir hier die Bildung, wie gesagt. Also das muss Lehrerleistungsranglisten für alle lehrenden Kräfte geben, einschließlich auch eventuell, wie gesagt, alles, alle, die an Bildung mitwirken, von der Mutter bis hin zu dem letzten Hochschullehrer vor dem Abschluss sozusagen, dem letzten Professor sozusagen, müssen alle der Leistungsmessung unterliegen. Und insofern sind die vorteilbringenden Irrtümer dieser Bildungssparte in dem Programm gelandet, dass hier nichts steht von irgendwelcher Leistungsmessung und Leistungsgrundrolle für Lehrer. Und damit haben dann quasi die Bildungssparten wieder dahin gewirkt, dass sie weiterhin Narrenfreiheit behalten und leistungslose Einkommen beziehen können. Während die Sozialsparten zum Beispiel wieder gewonnen haben, weil es in dem Wahlprogramm steht drin, dass man die angeblich leistungslosen Einkommensbezieher, nämlich so die Unternehmerfamilien und so weiter, hochbesteuern will. Das führt dann dazu, dass davon viele abwandern, dadurch viele Arbeitsplätze verloren gehen und so weiter und dann am Ende mehr Sozialfälle in Deutschland da sind und dadurch dann die Sozialsparten wieder größere Karrieremöglichkeiten haben. Und solche Vorteile, also in den Wahlprogrammen sind die vorteilbringenden Irrtümer dieser Sozialsparten, die sogenannten Pseudolinken und Pseudosozialen Konzeptionen als vorteilbringende Irrtümer gelandet. Und die werden Sie, liebe Wählerinnen, schwer schädigen, weil am Ende sind Sie dann die Sozialfälle, die dann gewinnbringend von den Sozialsparten betreut werden. Was haben wir denn noch für Sparten? Die Wohnungssparte, die können wir ja vielleicht mal hier einzeichnen, ja, die Wohnungssparte, ja, die taucht auch wieder nicht auf. Es fehlt also quasi, die hat sich durchgesetzt in dem ihre vorteilbringenden Irrtümer, Lasst uns doch einfach unsere Geschäfte machen, wie bisher durchgesetzt haben in den Wahlprogrammen. Also die NextScientistsForFuture.de hätten also empfohlen, als eine der Alternativen eines zukünftigen Volksentscheides reinzubringen, dass die Wohnwirtschaft daran gemessen wird, an dem Gesundheitszustand der Bewohner, sodass die Bauwirtschaft und Wohnungswirtschaft auf gesundheitsförderliches Bauen sich orientiert. Dazu gehört dann eventuell sogar schon Kommunen, also mehr Generationen Wohngemeinschafts- und Kommunenfreundliches Bauen sozusagen, dass also, denn je mehr das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Bewohner nach oben geht, desto mehr Belohnung für die Wohnungswirtschaft, ja, und das hätten die NextScientistsForFuture empfohlen, da reinzuschreiben. Ja, dann haben wir hier, was steht denn hier noch? Ich muss mal lesen. Ja, die Beamten, ja, sozusagen als Teil vielleicht oder in der Nähe der Sozialsparten, zum Beispiel das Wohnungsamt, auch dort immer nur Belohnungen für Leistung, überall nur Belohnungen für Leistung, also sozusagen es werden Kriterien eingeführt, Messgrößen, allgemeine und spezielle Messgrößen werden eingesetzt, um zum Beispiel die Einwohnermeldeämter oder andere Beamten, Finanzamt zum Beispiel für das Schrumpfen ihrer Behörden zu belohnen, also alle Ideen, die kompetent die Systeme schrumpfen, sodass wir dann viele freie Beamte bekommen, die wir dann versenden können und entsenden können in andere, in die Wirtschaft, sodass das ihr Reichtum, liebe Wählerinnen gefördert wird, das allgemeine Wirtschaftswunder gesteigert wird und ihr Wohlstand gesteigert wird, das wird belohnt. Und diese Beamten und diese ganzen Beamtensparten, die haben also auch wieder ihre Spuren in dem Programm hinterlassen, indem sie nämlich weiterhin leistungslose Einkommen beziehen dürfen in den Wahlprogrammen von die Basis und wir 2020 EU. Also oft haben die Sparten einfach ihre zentralen Vorteilbringenden Irrtümer in dem Programm hinterlassen, lasst uns in Ruhe weiterhin unsere leistungslosen Einkommen beziehen. Und genau dem sind die Wahlprogramme nachbekommen und die Next Scientists for Future hätten das ganz anders gemacht und hätten gesagt, Schluss mit dem leistungslosen Einkommen der Sozialspartner, der Arbeitsamtmitarbeiter, der Beamten, der Lehrer, der Forscher und so weiter und all der anderen Sparten auch. Alles muss mit Leistungsmessung versehen werden, damit Sie, liebe Wählerinnen, in Zukunft nicht mehr der Kuchen das Opfer und die Beute sind, sondern wir entziehen den Sparten die Beute sozusagen und geben ihnen nur noch Verdienstzuschüsse, wenn sie ihnen, liebe Wählerinnen, messbar Nutzen gebracht haben. Das ist gute Politik. Das ist echte, bodenständige, linke, soziale Politik und nicht pseudo-soziale oder pseudo-linke Politik. Dieses Bild ist hier, hier, sie, liebe Wählerinnen, die sie zum Beispiel keiner Sparte angehören und hier die anderen Wählerinnen, die alle bestimmten Sparten angehören. Alle sind zugleich, auch wenn sie, liebe Wählerinnen, zum Beispiel einer Sparte angehören, sind sie trotzdem allesamt Opfer der anderen Sparten. Und dieses Spiel, dass jede, jede Sparte auch das Opfer aller anderen Sparten wird, das wollen die nextscientistsforfuture.de als einzige Experten beenden, die sagen, niemand soll mehr Opfer der anderen Sparten werden, sondern jede Sparte wird zum Diener der Bevölkerung. Und dann haben wir ja noch die Politikersparte, die müsste ja auch noch hier irgendwo stehen, die Politik-Sparten, die Demokratie-Sparten. Schauen wir uns mal an, wie die neue, wie die neue Demokratisierungskette der nextscientistsforfuture aussieht. Denn da ist auch viel zu wenig, also die Parteien, die Basis und wir 2020 schaffen es ja noch nicht mal eine richtige innerparteiliche Basisdemokratie durchzuhalten oder richtig durchzuführen. Also, wie sieht die Demokratisierungskette aus, die die nextscientistsforfuture als eine von drei bis fünf Experten vorgeschlagen hätten für die Volksentscheide, die das Wahlprogramm darstellen sollen. Schluck Wasser. Erstens. Demokratisierungskette. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird werbefrei gestellt. Also ich mache mal hier oben. Erstens. Zweitens. Werbekundenkritische Neuschournalisten werden eingestellt und erhalten 50 Prozent des Stimmrechts, sodass zukünftig jede Sendung alle Seiten berücksichtigt und allen Seiten gleiche Redezeit liefert und die einseitige Werbekunden unkritische Berichterstattung und zu Wortkommenlassenspraxis aufhört. Ein für allemal. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist dann ein Steuergelderfinanziertes Geschehen, das allein dem Nutzen der Wählerinnen und Wähler verpflichtet ist, sozusagen. Und der Wahrheit. Zweitens. Es werden Demokratie pur, freie Argumente, Kultur, Talkshows jeden Tag eingeführt. Einmal ZDF, einmal ARD in Wettbewerb zueinander, werden dann auch wieder beurteilt von den Wählerinnen und dort finden im Prinzip Vorwahl-Mini-Volksentscheide statt, wo neue Experten, die bisher von den Parteien noch nicht berücksichtigt wurden, weil die Parteien doch noch nicht offengenügende Expertenlisten geführt haben, ist das quasi die mögliche zweite, der zweite Weg sozusagen. Der erste Weg ist, dass die neuen Experten und Reformer sich den Parteien anbieten und von denen dann auch gerne gehört werden, weil sie wissen, dass sonst der zweite Weg in Kraft trifft, nämlich die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, die es in zwei Varianten gibt, nämlich einmal als Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattformen in ARD und ZDF, wo jeden Tag zu einer anderen Tageszeit, damit eben immer andere Zuschauer-Stichproben da sind, die sind quasi die Übungsplattform für unsere gesamte Gesellschaft. Wir üben uns, bereiten uns vor auf die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, weil diese etwa bis zu zweistündigen Sendungen quasi das Training sind für die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide. Der einzige Unterschied liegt darin, dass wir bei Fernsehzuschauern es wohl nie schaffen werden, dass es sich um repräsentative Wähler-Stichproben als Zuschauer handelt, sodass wir diese Wahlergebnisse alle nur als sehr, sehr vorläufige Wahlergebnisse sehen können, während jeder Experte, wenn er dann nicht nach den Fernsehauftritten, nicht auch dann wenigstens, also jederzeit kann sich ein Experte sagen, okay, die Parteien kümmern sich nicht genug um mich, also werde ich selber Politiker und die können sich dann beim Bundeswahlleiter für die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide anmelden, aber die verlaufen im Prinzip genauso, eventuell online oder in Bürgerhäusern, genauso wie die Talkshows, für die man also dann geübt ist und dort, wenn man dort sich als Wahlsieger quasi dann sich entscheidet, ich fordere jetzt Kanzler, die Kanzlerposition heraus oder die Ministerpräsidentenposition heraus, wenn man das dann auch noch gewinnt, dann kann man Neuwahlen verlangen und dann wird man eventuell der neue Ministerpräsident, die neue Kanzlerin und so weiter und dann bilden sich dahinter, hinter einem selber zum Beispiel eventuelle Neuparteien hinter dem Wahlsieger und dann sind die alten Parteien abgemeldet sozusagen. Und deswegen, dieses neue Demokratisierungssystem setzt ja also quasi die Altparteien unter Handlungsdruck, jetzt endlich gute, wählerorientierte Parteien zu werden. Und der Zeitplan, ich suche gerade den Zeitplan, ist der hier? Nö, schade, finde ich gerade nicht, dann muss ich mir das aus dem Kopf nochmal machen, irgendwo ist es hinverschwunden. Der Zeitplan, mache ich es mal aus dem Kopf. Wie wäre es? Ach nee, da steht es doch. Da ist es doch, der Zeitplan. Ja, der Zeitplan wäre ungefähr so. Neun Leute, die sich bewerben als die neuen Experten oder Reformer der Gesellschaft, ja, die kommen in den Talkshows oder in den Volksentscheiden, wir parallelisieren das Ganze in den Mini-Volksentscheiden, also in den Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden oder Demokratie-Pur-Talkshows, das ist identisch, ja. Neun Leute erhalten vier Minuten Redezeit, kostet ungefähr 40 Minuten Zeit. Das ist die erste Runde. Dann wählen die Wählerinnen und die sechs Leute mit den besten Wahlergebnissen kriegen sechs Minuten. Ist ungefähr auch wieder 40 Minuten. Da sind wir bei 80 Minuten. Und dann wählen die Wählerinnen wieder und dann kriegen drei Leute zehn Minuten Redezeit, eventuell mit Rückfragen von Moderatoren oder so, na, muss man sehen, ob man damit, was man mit den Moderatoren macht. Wenn die gute Fragen stellen, dann kann man das ja zulassen. Vielleicht sind das dann auch die gleichen Moderatoren wie aus den Fernsehsendungen, ja, wenn die sich bewährt haben sollten, als sachliche Frage. Dann kann man das zulassen. Also dreimal zehn Minuten. Und dann wird gewählt und dann hat man den Wahlsieger, ja. Und dann hat man so, also, man hat also hier 40 Minuten, hier 40 Minuten, 80 Minuten und nochmal 30 Minuten. Dann hat man also schon 150, ne, 40, 40, 80. Und 30 sind 110 Minuten. Dann hat man noch zehn Minuten für die Wahl. Und dann hat man zwei Stunden, dann hat man den Wahlsieger. Und solche Formate finden einmal als echte Wahl statt, also vor repräsentativen Wählerstichproben, zusammengestellt vom Bundeswahlleiter und den Landeswahlleitern. Und einmal vor nicht repräsentativen Wählerstichproben den Fernsehzuschauern, die zufällig zu dieser bestimmten Zeit am Bildschirm sind. Und so üben sich. Und da die Talkshows alle immer zeitmäßig rotieren, sodass also dann immer unterschiedliche Gruppen mitteilnehmen können als Abstimmende. Also die, die Nachtdienst haben, die können dann in der Tagesvariante sozusagen abstimmen. So, denn es geht ja immer um die Live-Zuschauer, die bei den Demokratie pur, freie Argumente-Plattform-Talkshows ja abstimmen müssen. Das müssen ja Live-Zuschauer sein. Ja, sonst kann man das ja nicht machen. Über Telefon oder was auch immer. Ja, und dieses, dieses, dieses ist eine neue Idee auch wieder, das zu parallelisieren quasi. Gehen wir aber mal weiter mit dem Demokratisierungsplan. Also wir waren jetzt bei der Parallelität von Talkshows und Vorwahlen. Und danach wird eingeführt, die, also dazu kommt dann noch als Demokratisierungskette die neue Wohlfühlstimme als die entscheidende demokratische neue Wahlstimme, die also einen ständigen Volksentscheid darstellt, da die Wohlfühlstimme entscheidet ja über die die Verdienstzuschüsse. Kurzformel lautet ja, alle Unternehmen werden Teil des Gesundheitswesens und nur wer Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand und Glücklichsein und Wohlfühlen der Kunden, Anwohner und Mitarbeiter bestmöglich steigert, kriegt hohe Verdienstzuschüsse. Alle anderen gehen pleite wegen zu geringen Verdienstzuschüssen. Ja, und dann kommen noch die Volksentscheide und die kommen noch dazu und die bisherigen Wahlen bleiben, damit irgendwas Vertrautes noch bleibt und das ist ein Gesamtdemokratisierungsprogramm. Ja, und unsere simulierte Bundestagswahl war so ähnlich wie die Vorwahlsysteme, so ähnlich aufgebaut. Und diese, solche Sendungen und Vorwahlen, vielleicht sollte man am Ende auch dann noch sozusagen die Kommentare der Wählerinnen erheben. Warum habe ich jetzt so gewählt? Ja, das kann man ja übers Internet machen, irgendwie, dass man so wie bei Hard, aber Fair, so Stimmen im Internet noch erhebt. Also so nach dem Motto, ich habe eben gewählt bei der Talkshow. Und warum habe ich jetzt so gewählt? Warum habe ich mich für diesen Experten oder Neuexperten entschieden? Ja, und warum für einen anderen oder warum gegen die anderen und so weiter? Und dann hat man auch so Kommentare, so wie bei uns in der simulierten Bundestagswahl. Ja, das war die Demokratisierungskette. Die nehme ich mal mit vielleicht für die heute Abend, für die Talkshow heute Abend. Sie können sich natürlich noch melden für die Talkshow heute Abend. So, dann haben wir hier, was steht denn hier jetzt noch Schönes? Neoliberalismus. Ja, ich war, glaube ich, bei den Spaten ziemlich fertig. Das übernehme ich auch für heute Abend mit. Ja, also zum Beispiel jetzt der Neoliberalismus. Das muss ich vielleicht nochmal deutlich machen. Der Neoliberalismus, der wäre so, der ist ein vorteilbringender Irrtum. Also wenn wir hier jetzt, wir hatten doch hier vorhin die Waffenindustrie, die Rüstungsindustrie irgendwo. Und wir hatten, wenn wir die Nahrungsindustrie nehmen, zum Beispiel die Zuckerindustrie und die Tabakindustrie und die Alkoholindustrie, die siedeln wir jetzt gerade mal hier an, ja, als Sparte. Und die haben als vorteilbringenden Irrtum den Neoliberalismus. Ja, Dr. Markus Krall ist so einer dieser Propagandisten, das Neoliberalismus oder das Marktradikalismus. Ja, und die österreichische Schule ist also sozusagen deren vorteilbringender Irrtum. Also hier ist quasi eine ganze Expertengruppe, ist quasi der vorteilbringende Irrtum dieser Sparten, nämlich der Zuckerindustrie, der Waffenindustrie, all der schädlichen Industrie, bisher schädlichen Industrie, Tabakindustrie, Alkoholindustrie, Geschmacksdrogenindustrien und so weiter. Ja, und die, die, denn der Neoliberalismus ist quasi letztendlich ein Plädoyer oder eine Propaganda für die Bahai-Behaltung von Narrenfreiheit für diese schädlichen Industrien. Ja, sodass die also nicht an Leistung gemessen werden, an Gesundheitsförderungsleistung, sondern weiterhin ihren vorteilbringenden Irrtum predigen können, nämlich wir sind doch Genussmittelindustrien und der Genuss gehört doch zum Leben und so weiter. Und wir wollen doch den Genuss nicht wegmachen und so weiter. Will ja auch keiner wegmachen. Jeder darf seine Drogen weiterhin konsumieren, aber die, die keine Lust mehr auf Drogen haben, denen hilft, helfen unsere Reformen, ein gesundes, viel gesünderes, glücklicheres, längeres Leben führen zu dürfen und zu können. Ja, und ja, der Neoliberalismus ist quasi sozusagen, ja, weiterhin Narrenfreiheit für Tabakindustrie. Narrenfreiheit, das wurde sehr schön deutlich bei, äh, bei dem Auftritt von Dr. Markus Krall bei KenFM, ja, das ist, KenFM hat das so kritisch versucht anzumerken, ja, Narrenfreiheit für Alkopops vor Schulen, Narrenfreiheit für, für Zuckerprodukte für Kinder und so weiter, ist das nicht ein Problem. Ja, und genau das ist Neoliberalismus. Narrenfreiheit für genau diese, diese ungesunden Industrien, ja, denn da geht's drum. Freiheit, Freiheit, Narrenfreiheit für krankheitsförderliche Industrien, ja, und genau dagegen sind natürlich die Next Scientists for Future, ja. Ja, das nehme ich mal mit für die Talkshow heute Abend, das Bild, dieser Kreis, ja. So, mal gucken, was noch an Kurznachrichten da ist, von den News für Gebildete, was gibt's für neue Überlegungen im Rahmen der Weltspitze der Wissenschaften, hat jemand eine andere Strategie, Prozesse statt Partei, Frage nach den Vorteil bringenden Irrtümern, das haben wir ja gestern getan, ja, sozusagen. Hat jemand eine andere Strategie, also wir als Wissenschaftler empfehlen, wir können alle Probleme nur noch lösen mit einer neuen großen Volkspartei. Hat jemand aber eine andere Strategie, nämlich die, irgendwelche Leute, irgendwelche Prozesse zu starten gegen irgendwelche Leute, die angeblich schuldhaft, kriminell, also hier sozusagen, da steckt dann ja diese Idee dahinter, dass es doch nennenswerte Zahlen an kriminellen Lügnern geben könnte, also an kriminellen Verbrecherbanden, die uns schädigen, sozusagen, während ja die Next Scientists for Future sagen, ja, die kriminellen Verbrecherbanden sind relativ selten, es sind überwiegend die Vorteil bringenden Irrtümer der Spaten, die uns Probleme machen, also hier, und ja, und wenn dann eben so jemand eine andere Strategie vorschlägt, wie zum Beispiel jetzt der Kampf über Prozesse sozusagen, dann widersprechen wir und sagen, ja, fragt, liebe Parteien, fragt nach den Vorteil bringenden Irrtümern, ja, denn eventuell sind die Wählerinnen, die auf die Prozesse setzen und dann dafür zum Beispiel 1000 Euro überwiesen haben, eventuell reingefallen auf die Vorteil bringenden Irrtümer der Rechtsanwälte sparte, sozusagen, die selber auf ihre eigenen Irrtümer reinfallen, auf ihre Vorteil bringenden Irrtümer, während sie aber für die Rechtsanwälte selber vorteilbringende Irrtümer sind, sind sie eher für die WählerInnen eher nachteilbringende Irrtümer, ja, also parasitäre Meme, Killer-Viren des Geistes, in der Wirkung, ja, das beschreibt ja, der Begriff parasitäres Meme beschreibt ja eher die Wirkung, die vorteilbringende Irrtümer auf die Opfer haben. Und auch da ist dann der Entzug der Beute das Mittel der Wahl. Also man entzieht die Beute, also hier schauen wir es uns an, ja, also wenn Rechtsanwälte, wie erzieht man den Rechtsanwälten die Beute? Die ersten Frühanwälte der Evolution waren ja noch in der Wahrheit und sagten solche Sätze wie, ich darf auf keinen Fall den Fehler machen, mehr juristische Streitereien zu provozieren und zu fördern, nur damit ich bessere, mehr Honorare erhalte als Rechtsanwalt. Ich darf also nicht hingehen und eine Prozessflut auslösen, ja, sondern muss für Frieden sorgen. Das war ein wahrheitsorientierter Frühanwalt. Aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es zwangsläufig zu Mutanten kommen, nämlich zu Frühanwälten, die sich geirrt haben und gesagt haben, nein, es ist völlig in Ordnung, da Prozesse zu machen, so viel wie möglich. Das ist gut für die Bürger. Dass es in Wirklichkeit den Bürgern nur unendlich viel, die Wählerinnen unendlich viel Geld kostet und das Geld teilweise in den Geldbeuteln der Rechtsanwälte landet, das fällt den Irrtumsträgern halt nicht auf und sie können deswegen dann hier vier Urenkel ernähren und haben dann viele und können hier auch an der Universität werden dann irgendwann lauter Rechtsanwälte mit diesen vorteilbringenden Irrtümern ausgebildet, die also uns alle in mehr Streitigkeiten hineinsteuern über ihre vorteilbringenden Irrtümer als Konflikte zu besänftigen. Übrigens war das auch eines der Inspirationen, was zum Weltrat führte. Der berühmte Professor Richard Dawkins hat nämlich selbst eine Scheidung erlebt, die er gütlich haben wollte, die die Rechtsanwälte aber aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer streitig gestaltet haben, sodass er und seine Frau die Geschädigten waren durch diese vorteilbringenden Irrtümer, also selber die parasitären Meme beziehungsweise Kinderviren des Geistes abgekriegt haben. Und dieser Professor hatte ja als einer der Ersten erkannt, wie gefährlich die Meme sind, wenn sie eben in Richtung Parasitismus gehen. Und ja, das war eigentlich einer der Anfänge des Weltrates mit dabei. Natürlich die Hauptinspiration kam von den 68ern, die erkannt hatten, dass da was Grundsätzliches nicht stimmt, auch mit den Rüstungskonzernen und so weiter, was wir ja vorhin alles erwähnt haben. Ja, also von daher, ja, und der Entzug der Beute, ja, wie geht der Entzug der Beute? Also der Entzug der Beute geht so. Hier setzen wir jetzt positive Anreize, diesen hier, oder wir setzen generell in der Gesellschaft positive Anreize. Das heißt also, jeder Rechtsanwalt wird in Zukunft genauso wie der Arzt behandelt, der Rechtsanwalt. Alle, alle Bürger bekommen eine kostenlose, also die Sozialfälle bekommen eine kleine. Alle Bürger müssen, wir führen die Pflicht ein, dass alle, genauso wie sie Krankenversicherungsbeitrag bezahlen müssen, führen wir die Rechtsschutzversicherungspflicht ein für alle, für die Sozialfälle natürlich kostenlos dabei. Und da kriegen die Anwälte genau dann am meisten Honorar ausgeschüttet, Verdienstzuschüsse, wenn alles ohne Rechtsstreitigkeiten abgeht. Ja, wenn also Richter eingespart werden können, Staatsanwälte eingespart werden können, weil die Rechtsanwälte, die Hausanwälte, genauso wie die Hausanwälte-Teams, genauso wie die Hausarzt-Teams, genauso die, die, die Wählerinnen, die Kunden beraten, die sich, also jeder kann sich ja dann seinen Hausanwalt wählen nach Gutdünken, vielleicht mit zwei, auch wieder zwei Wahlalternativen, wie beim Hausarzt, ja, oder zwei Möglichkeiten. Man darf auch zwei Hausanwälte haben, aber maximal würde ich sagen. Also beim Hausarzt gibt es gute Gründe, warum es zwei geben könnte, weil es einen sprechenden Behandler geben könnte und einen eher medikamentös ausgerichteten Behandler geben könnte. Also beim Rechtsanwalt reicht eigentlich, wenn jeder sich einen Hausanwalt suchen darf. Also bleiben wir ein Hausanwalt der Wahl, den man sich wählt. Und der kriegt dann am meisten Geld, wenn er einen so effizient berät bei jedem Neuvertrag, Mietverträgen und so weiter, dass es gar nicht erst zu juristischen Querelen und Streitigkeiten kommen kann. Also der Anwalt ist ein Friedensschlichter, der ist also ein Mediator von Anfang an und zwar nicht ein Pseudomediator wie bisher, sondern einer, der wirklich dafür sorgt, dass es gar nicht erst zu Streitigkeiten unter den Menschen kommt, indem er für Rechtssicherheit von Anfang an sorgt. Und damit setzen wir den, der Sparte der Rechtsanwälte, der Sparte innere Sicherheit generell, also neue Anreize und dadurch wird das alles harmonisch sein. Also und diese Vorschläge kommen halt wieder, müssen wieder hin und dadurch werden, also die wahrheitsorientierten Rechtsanwälte werden erfolgreich und kriegen viele Urenkel und so weiter und geistige Schüler und so weiter. Und dann werden plötzlich durch diese Reformen werden die, die werden die Wahrheiten zu den neuen Vorteil, dann neuen Vorteil bringenden Irrtümern. Wir drehen das Ganze einfach um. Ja, das war es, glaube ich, mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Heute Abend dann wieder die Talkshow Demokratie pur, freie Argumente, Kulturplattform. Wo ist der Text? Hier, das kann man sich hier unten anschauen. Ja, das kommt ja dann heute Abend wieder dran. Hoffentlich klappt das heute mit dem Wir-2020-EU-Mitglied als Fragestellerin wieder. Sie sind herzlich eingeladen, sich telefonisch zu melden. Und ja, das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, wie die verschiedenen Sparten, durch ihre zentralen Vorteil bringenden Irrtümer, die eingedrungen sind in die Wahlprogramme. Eure Wahlprogramme, liebe Wir-2020-EU und die Basis zerstört haben, während Wir-2020-DE und die Fragpartei, ja, auf dem richtigen Weg eher sind. Hoffentlich noch. Bei Wir-2020-EU-Mitglied, was sich da tut bei Wir-2020-EU-Mitglied, ob die immer noch richtig auf dem richtigen Weg sind und ja, was daraus wird. Übrigens, natürlich haben wir auch gesehen, dass Kai Pauling wieder eben behauptet, dass also jede Wahlstimme letztendlich für die Partei Wir-2020-EU und dann wahrscheinlich aber auch für Wir-2020-DE am Ende wertlos sei, weil irgendwie hinterher die Wahl wohl angefacht werden könnte, wegen Wahlbetruges, weil die Parteien Wir-2020-EU und Wir-2020-DE beide gar nicht mehr den Parteistatus gehabt hätten, gar keine Rechtsgültigkeit mehr gehabt hätten, sondern im Moment quasi dem Bundeswahlleiter nur etwas vorspielen würden, was nicht den Tatsachen entsprechen würde und dass, wenn da auch nur ein Zeuge oder einige Zeugen umfallen, weil sie nicht bereit sind, einen Meineid vor Gericht zu schwören, dass dann also sozusagen ein möglicher Wahlerfolg von Wir-2020-EU gekippt würde im Nachhinein. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich kann nur sagen, ich habe keine Ahnung, ob man da auch nur irgendwas für bare Münze nehmen kann, ob da irgendetwas, irgendeine Realität hat. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Wenn wir als Wissenschaftler etwas nicht genau wissen können, müssen wir uns das Urteils enthalten. Ja, das war es mit dieser Sonntagspredigt. Wie lange hat sie gedauert? Oh, schon wieder fast eine Stunde. Tschüssi, bis bald. Heute Abend die Talkshow. Melden Sie sich. Die beginnt heute schon um 19 Uhr. Wir haben jetzt die Serie der 19 Uhr Talkshows. Melden Sie sich telefonisch, wenn Sie noch kurzfristig teilnehmen möchten. Als fragende Person oder als Experte oder Experte oder Reformer. Ja, eventuell können wir da noch einen Platz heute schaffen. Tschüssi, bis bald.